Na alle zusammen, hier ist wieder heute lau und höre ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten aufmachen vom Party-Sync-System. Und zwar schimpfen sich die einmal geborgene Truhe mit Vorräten. Da habe ich insgesamt wieder 20 Stück, die wir eröffnen möchten. Und diesmal machen wir ein paar vom Schamanen auf. Da hatten wir das letzte Mal ja schon das ein oder andere geöffnet. Und ich brauche jetzt noch 5 Items. Einmal brauchen wir hier die Handgelenke, dann den Gürtel, Hände, Beine und Schultern. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Erste Kiste und natürlich kein Glück, wir haben einen Ring drin. Kiste Nummer 2. Ah, here we go, da haben wir die Hose. Nummer 3 ist eine Waffe drin. Nummer 4 haben wir einen Gürtel. Ja, fängt schon gut an. Nummer 5 haben wir nochmal den Gürtel. Nummer 6 haben wir einen Trinket, das brauchen wir nicht. Dann haben wir einen Umhang, den brauchen wir auch nicht. Ein Trinket, das brauchen wir auch nicht. Komm, Handgelenke wären jetzt ganz nice. Nochmal eine Waffe. Nochmal eine Waffe. Okay, nochmal eine Waffe. Waffe, solange ist es nicht mehr witzig. Die Hose haben wir nochmal. Die Brust, die brauchen wir auch nicht. Ein Trinket. Nochmal eine Waffe. Jetzt haben wir noch 5 Kisten. Schauen wir mal, ob wir noch was Sinniges kriegen. Ah, ah, Trinket, das will ich nicht haben. Ach, kom, nicht normal ein Trinket. Hals, 2 Kisten haben wir noch. Nochmal eine Waffe. Und nochmal das Trinket. Okay, also Trinkets und Waffentechnisch habe ich echt einiges gekriegt, wie ihr seht. Wir haben 5 Mal das Trinket. Und wie oft haben wir die Waffe? Ich glaube sogar 6 Mal, oder? Wenn ich mir jetzt nicht ganz irre. Ja, 6 Mal die Waffe. Hier, gut. Jetzt brauche ich immer noch 3 Items, um das Ganze fertig zu kriegen. Ich bin ja beim DH, bin ich auch schon relativ weiter. Brauche ich noch 2. Und Schurke und Todesrette habe ich noch nicht angefangen. Aber ich hoffe, bevor ich alles fertig durchgequestet habe, dass ich irgendwann mal hier den ganzen Stuff zusammen habe. Und ja, sobald ich wieder genug Kisten habe, melde ich mich wieder. Eure Tchela, bis zum nächsten Mal. Ciao.